Die niederdeutsche Bühne probt für ihr Weihnachtsstück. Am kommenden Freitag, den 28. November, hat im BBZ-Forum um 16 Uhr das Dschungelbuch-Premiere. Die Zuschauer können sich auf tolle Kostüme, ein traumhaftes Bühnenbild und natürlich auf bestens aufgelegte Darstellerinnen und Darsteller freuen. Bei denen das Altersspektrum übrigens denkbar groß ist und sich von 6 bis 78-Jährigen erstreckt. Untertitelung des ZDF, 2020